Willkommen liebe Zocker Freunde zu einem weiteren Guide. Heute möchte ich euch die Sellen Quest zeigen und ihr solltet Radan euer getötet haben. Los gehts! Sellen ist diese Dame hier und ihr findet sie an den Ruinen des Wegpunktes. Hier an den Ruinen des Wegpunktes müsst ihr den Treppen hier herunter gehen. Die sind etwas versteckt. Dann müsst ihr hier drin den Kürbiskopf besiegeln und diese Tür öffnen und dahinter befindet sich dann Wellen. Ihr müsst auch schon im Spiel relativ weit fortgeschritten sein um diese Quest überhaupt voranbringen zu können. Wir reden mit ihr, stimmen zu, dass sie uns Zauber beibringt und dann müssen wir als nächstes den Komet Azura oder die Hexerei Komet von dem Zauberer Azura bekommen. Azura befindet sich oben auf dem Berg Gelmir ungefähr hier bei dem Einsiedler Dorf. Dort gehen wir jetzt als nächstes hin. So nun sind wir auf dem Althus Plateau und ich zeige euch den Weg von dem Aussichtshügel des Erdenbaums. Wir reiten von hier aus und da hoch zu dieser Statue. Wir reiten hier durch die Ruinen von Windham. Hiervall Gudrun. Und hiervallig. Und hiervallig. Das war's für heute. 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 Und zeigen ihr Arzurs Zauberei. Das war's für heute. Das war's für heute. Die Antworten, reisen wir gemeinsam. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Dann laufen wir. Das war's für heute. Und laufen wir laufen. Das war's für heute. 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 Wir folgen. Wir folgen einfach den Weg. Das war's für heute. 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 Und hier unten. Das war's für heute. Das ist dann sein Gefängnis. Hier liegt Loser. Nun kehren wir zu Zellen. wieder zurück und jetzt sind wir wieder bei sein und wir reden wieder mit ihr als nächstes müssen wir in die hexenfluch ruinen jetzt sind wir bei den hexenfluch ruinen hier ist das mausoleum und hier sind die ruinen und hier ist der eingang my apprentice thank you for coming these shackles take a toll on us all there is something i need you to look after my primal glinstone a star has fallen and my fortunes waver someone may come for my life and so i entrust it with you myself so Oh, 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 oh. Das ist meine Essence. Bitte, tritt es mit der Arbeit. Tritt es mit der Arbeit. Was du glaubst. Der Radar getötet haben. Der Radar getötet hat. Objektiviert mit der Räulein, viele Sorcererinnen in ihrer Hande. Die gefährliche Mäge in der gesamten Geschichte der Akademie der Raya. Es ist strange, dass eine Frau, sie wie eine Hülle, ihre Säule, oder ich glaube, Selen, weitergeht. Ich bin sicher, dass sie irgendwann in einem Körper in einem anderen Körper. Eine Säule, aber eine, die nicht aufhören wird. Ich glaube, Selen lebt so. Ich bin sicher, ein Sick. Und jetzt gehen wir zu Rannis Turm. Wir laufen aus dem Turm heraus, halten uns links, und gehen auf diese Ruinen mit den Bögen zu. Und hier im Boden, hier ist eine Scheinwand. Einfach einmal hoch springen und nach unten schlagen. Da laufen wir hier rein. hier ist noch eine Scheinwand. Und dahinter finden wir Selens Körper, den wir jetzt den Urschimmerstein einfügen. Und hier ist noch ein Einwander. Ich bin ein Wanderer. Ich bin ein Wanderer. Als nächstes müssen wir dann in die große Bibliothek. Von Raya Lucaria und wir sehen uns dort. Nun sind wir in Raya Lucaria, direkt vor der Tür der großen Bibliothek, wo man gegen Rinala kämpft. Hier hat man zwei Möglichkeiten, einmal Sennen zu helfen und einmal gegen Sennen zu kämpfen. Ich werde euch beides zeigen. Zuerst kämpfen wir gegen Sel. Zellen, Graven witch, enemy of Karya. Da bekommen wir einen Ruhnenbogen, Krumpfingermedizin und Sennens Klangperle und ihre Krone. Und jetzt die zweite Variante. Diesmal werden mir Velen helfen. Und werden Jeren töten. Dreckigen, Stelver? Gute. Gute. Dreckigen, Schraus. Gute. Dreckigen, Schraus. Dreckigen. Und hier bekommen wir und können anschließend nochmal mit Velen reden. Und den Schimmersteinkrist bekommen wir noch von ihr? Ja? Oh, nicht schreit. Auch meine Dallist-Pupil haben immer ein Platz hier. Und nachdem ihr mit Velen sämtliche Dialoge ausgeführt habt und einmal an der Gnade gerastet habt, werdet ihr sie hier finden. Und könnt weiterhin ihre Sachen lernen. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen und es hat euch gefallen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss. Tschüss.